Hallo, wir wollen uns heute mit den Ursachen der elektromagnetischen Induktion beschäftigen. Du solltest dazu einige Kenntnisse über das Magnetfeld von Dauermagneten und Elektromagneten mitbringen. Wir lernen heute, wie mechanische in elektrische Energie umgewandelt werden kann, wie mechanische Bewegung eine elektromagnetische Induktion hervorruft und wie die Induktion ohne Bewegung erfolgt. Mit einem Fahrraddynamo lässt sich recht einfach elektrischer Strom erzeugen. Der Dynamo besteht aus einem Antriebsrad, du kannst es hier oben sehen, und einem damit verbundenen zylinderförmigen Magneten. Der Magnet ist farblich markiert. Rot steht für Nordpol und Grün für Südpol. Der Magnet dreht sich innerhalb einer Spule, die du hier an den Rändern erkennen kannst. Wenn sich der Magnet innerhalb der Spule dreht, werden die Lampen am Fahrrad zum Leuchten gebracht. Ruht der Magnet, sind auch die Lampen aus. Im Dynamo findet also eine Energieumwandlung statt. Die Bewegungsenergie des Fahrrades wird in elektrische Energie umgewandelt. Diese Energieumwandlung beruht auf einem Vorgang, der als elektromagnetische Induktion bezeichnet wird und von Michael Faraday, einem englischen Physiker, bereits im Jahre 1831 entdeckt wurde. Wir wollen den Vorgang der Energieumwandlung etwas näher untersuchen. Dazu stellen wir uns einen Stabmagneten vor, der in eine Spule hinein und aus ihr heraus bewegt werden soll. Die Enden der Spule sind mit einem Messgerät für Spannungen verbunden. Solange der Magnet in die Spule hineingeschoben wird, zeigt das Messgerät eine Induktionsspannung an. Befindet sich der Magnet in der Spule und ruht dort für einen kurzen Moment, ist die Induktionsspannung null. Wird der Magnet aus der Spule herausgezogen, zeigt das Messgerät wieder eine Induktionsspannung an, nun aber mit umgekehrter Polung. Du kannst das an dem Zeigerausschlag erkennen, der erfolgt nun zur anderen Richtung. Wir ändern die Versuchsdurchführung und halten den Magneten fest und bewegen die Spule. Auch bei diesem Experiment entsteht eine Induktionsspannung. Je nach Bewegungsrichtung zeigt das Messgerät diese Spannung entsprechend an. Nun werden Spule und Magnet gleichzeitig, also parallel zueinander, bewegt. Hier ist zu sehen, dass beide Wagen miteinander starr verbunden sind. Bei diesem Experiment zeigt das Messgerät keine Spannung an. Das Magnetfeld ändert sich in Bezug auf die Spule nicht. Wir können auch den Magneten vor der Spule drehen oder die Spule vor dem Magneten drehen. Jedes Mal entsteht eine Induktionsspannung. Wir halten fest. Bewegen sich Magnet und Spule relativ zueinander, so tritt an den Enden der Spule eine Spannung auf. Dieser Vorgang wird als elektromagnetische Induktion bezeichnet. Was ist eigentlich bei diesen Experimenten passiert? Dazu sehen wir uns die magnetischen Feldlinien des Stabmagneten noch einmal genauer an. Bewegt man den Magneten in die Spule hinein oder aus ihr heraus, so ändert sich die Dichte der Feldlinien innerhalb der Spule. Anders formuliert, wenn sich das von der Spule umschlossene Magnetfeld ändert, wird eine Spannung induziert, und zwar egal, wer sich von beiden bewegt. Wir halten wieder fest. Eine Induktionsspannung tritt an den Enden der Spule dann auf, wenn sich bei der Bewegung zwischen Magnet und Spule das von der Spule umschlossene Magnetfeld ändert. Die bisherigen Experimente haben wir mit einem Dauermagneten durchgeführt. Es gibt aber noch eine andere Sorte von Magneten, die Elektromagnete. Und wir betrachten jetzt wieder eine Anordnung ohne Bewegung. Wir stellen jetzt mal vor unsere Spule, hier rechts, wir nennen sie Induktionsspule, weil dort die Spannung induziert wurde, eine zweite Spule, hier links. Diese Spule wirkt als Elektromagnet, wenn ein Strom anliegt. Und wenn ein Strom anliegt, entsteht ein Magnetfeld, deshalb bezeichnet man die Spule auch als Feldspule. Schalten wir das Magnetfeld der Feldspule ein, so entsteht wieder in der Induktionsspule eine Spannung. Wird der Strom ausgeschaltet, bricht das Magnetfeld zusammen und erzeugt auch wieder eine Spannung. Es kann also auch ohne Bewegung eine Induktionsspannung erzeugt werden. Übrigens kann sich das Magnetfeld des Elektromagneten auch ändern, wenn in den eingestalteten Elektromagneten ein Eisenkern hineingeschoben oder aus ihm entfernt wird. Das Wesentliche ist, dass sich das von der Induktionsspule umfasste Magnetfeld ändert. Wir können jetzt unsere Erkenntnisse wieder in einem Satz formulieren. Eine Induktionsspannung tritt an den Enden der Spule dann auf, wenn sich das von der Spule umschlossene Magnetfeld ändert. Dabei ist es offenbar egal, ob die Änderung mit oder ohne Bewegung erfolgt. Wir fassen zusammen. Die Änderung des Magnetfeldes kann durch eine Relativbewegung zwischen Magnet und Spule erfolgen. Ohne mechanische Bewegung entsteht in einer Spule eine Induktionsspannung, wenn die Stärke eines Magnetfeldes von einem Elektromagneten geändert wird. Damit können die Ursachen der elektromagnetischen Induktion in einem Satz zusammengefasst werden. In einer Spule entsteht eine Induktionsspannung, wenn sich das von der Spule umfasste Magnetfeld ändert. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat es etwas Spaß gemacht und du hast alles verstanden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.